Das Leben als Unternehmer ist nicht immer nur lustig. Aber ich habe heute Ihnen das Geheimnis zu erzählen von AppleTree und wie Sie damit Ihr Unternehmen in nur drei Monaten massiv boosten können für den Preis von lediglich zwei Cappuccinos. Folgen Sie mir! Mein Name ist Bruno. Bruno, der Schweizer Optimierer für Unternehmen von normal auf optimal. Hier sind wir in Wiedenmoos, unser Haupt-Workshop-Place, wo wir über 300 kleinere und mittlere Unternehmen vom normalen Wahnsinn zum optimalen Erfolg gebracht haben. Sie denken nun vielleicht, ja, aber ich kann Sie ja hier nicht in der Schweiz so schnell besuchen. Können Sie, aber da ist ein viel schneller und einfacher Weg, für folgende Resultate zu erzielen. Erstens, finden Sie die perfekten Mitarbeiter viel schneller und effizienter und günstiger als bis anhin und die besten Traumkunden. Wir bringen Ihnen auch mehr Lebensqualität bei gleichzeitig Steigerung der Steam Spirits in Ihrem Unternehmen und schlussendlich lassen wir Ihr Unternehmen laufen wie ein Schweizer Uhrwerk. So, wie geht das einfacher und schneller und günstiger als direkt mit uns in einem Workshop? Bestellen Sie jetzt gleich oder laden Sie das Buch runter, Der gute Geist deines Unternehmens und bringen auch Sie, Ihr Unternehmen, in nur drei Monaten vom normalen Wahnsinn zum optimalen Erfolg für den Preis von ein paar Cappuccinos. So, laden Sie es gleich jetzt runter. Viel Erfolg! Bis zum nächsten Mal.